Jetzt werde ich gerne ein Video machen. Hast du mich verstanden? Mattervoll! Bosskampf! Hallo und herzlich willkommen! Ihr hört, Thor der Gott ist immer noch dabei! Das stinkt! Alter, ich schlag dir gleich die Zähne raus! Ich besuche dich und schlag dir die Zähne raus! Ich vergleich mich als Puppe! Ich zieh dein Stofftier ab, geh zu dir nach Hause und sag ich bin geschenkt! Das ist doch schon ziemlich asos, zu dir einfach nur ein... Jetzt hatte ich mich irgendwo hin! Nimm einen Küchenmässer in die Hand und dann erschreck ich dich! So mach ich es! Jetzt mach ich jetzt den Bosskampf! Den... Verteidigungsschwank! Schluckkanotte! Komm schon! Mehr hast du nicht zu reden! Oh fuck! Oh fuck! Ich habe nichts gesagt! Zartore! Nicht dich! einer weiß wie stark dieser boss ist dafür dass er nichts machen kann schmeißt die gewehre die mich 10.000 mal gekriegt haben doch in level 2 bin ich so oft gestorben aber dieses spiel ist ist genauso wie mit freud was diese hässliche scheißkamera direkt zwei gespielt direkt zwei direkt zwei ja ich hab's gemacht aber man sieht da man sieht aber von die taur alle 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 ja scheiße ist diese warte da war aber sieht ab du kleiner fixer Ja, ja, ja. Ich suche hier gerade einen Bosskampf. Und der ist aber scheiße. Alter, was schon wieder? Was schon wieder ist die... Alter, dieser kleine Mist, Alter. Nein, macht das nichts. Sonst ruiniert ihr eure Augen. Sonst ruiniert ihr eure Augen. Abonniert mich nicht auf Twitch. Äh, sehr nett. Nein, ist mir scheißegal, ob man mich abonniert auf Twitch oder nicht. Ah, man lass ich da. Na ja, krieg ich nicht. Du lenkst mich hier ab. Halt's mal aufhören. Ja, stream mal in das Spiel. Ich will jetzt sehen. Hallo, nein. Jetzt doch mal Schluss. Er hat das Schluss. Oha, Jason, welches wir uns? Von uns beiden bin ich immer noch der aggressivste. Der aggressivste. Ah, ah, Gegner überall. Diese Schwame. Die sind hier überall. Und die steckt jetzt auch da unten. Ah, da bin ich. Ah. Alter. Kann das mal rein? Reicht das jetzt mal? Ja, wie oft kommt der noch mal wieder? Boah, zwei mit einem Schuss. Ist die. Und nochmal. Ah. Dann Bonita. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's wieder hier schwer. Wollt ihr mich verarschen? Ach, der ist hier extra schwer für mich? Aua, nein, brauche ich nicht. Wer pisst euch? Aua. Ah. Wer pisst euch? Pisst euch? Alter, wo kommt die alle her? Ich hab keinen Bock mehr. Hier unten ist sehr, sehr gut. Hier unten kann ich sehr gut safe bleiben. Schocken. Kaputt. Okay. Ich krieg das wieder so hin wie letztens. Und ich bin jetzt am Arsch. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Oder wieder auch nicht. Ich muss hier schwitzen. Alter, ey. Das Spiel besteht nur aus Schwitzen. Ein Schwitzerspiel von, keine Ahnung, Machern. Von den Machern von Metroid. Tweet. See you, Samus. Ach, du heilige. Ah, ah, ah. Verpisst euch. Bis dich. Ah, und noch mehr. Und noch mehr. Und jetzt kommt auch die wieder. Geil, ich hab so viel Bock auf den. Ich kann ja auch sowas von gut spielen. Mann, Mann. Mann, das macht mir so viel Spaß. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So viel Spaß hat es mir ja noch nie gemacht. Oh, Mann. Oh, jetzt wird das wieder los. Jetzt geh ich da wieder. Oh, Mann. Man macht das mir Spaß. Oh, geil. Nein, jetzt hör auf. Das ist Asher. In diesem Boss. Oh, Mann, ich kann nämlich jedes Mal treffen. Kann der mal aufhören? Zu Cheaten hier. Okay, ein Tipp Trace. Einfach besser spielen. Spielst du das Spiel hier, oder nicht? Spielst du das Spiel? Nein, aber wenn nicht, aber wenn ich spielen würde. Welch besser ist? Nein, das kann nicht sein, weil du keine Playstation spielst. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Ich mach hier gerade mein eigenes Ding. Wo ist das Spiel kaum bei PC besser ist. Jetzt hab ich schon wieder drei Leben. Jetzt hab ich schon wieder nur drei Leben. Ich werd gehatet. Ich werd gehatet. Ey, du darfst hier live, du darfst hier live mit dabei sein. Ja. Ich schutz mich, äh, geheert. Das ist mit seiner großen Weltereignis. Wie ich vom Boss sterbe, na? Das ist auch sowas von geil. Kann das kaputt gehen? Mann, ich bin so schlecht. Aua. Was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen? Nein, nein, nein. Ja, macht das Spiel noch schwerer. Ja, macht das Spiel noch schwerer. Ihr habt's ja schon schwer genug gemacht. Was ist ja noch schwerer, den Bosskampf. Ja, los. Ich warte schon. Ich warte schon mein Leben lang auf so'n Scheiß. Komm schon. Was ist doch schwerer. Ja. Wollen wir noch das Spaß hier. Äh, ich hab das noch nie an den Helgen gespielt. Ein Gegner. Weißt du, wie schwer hier gerade der Bosskampf ist? Ich weiß, dass es so, keine Ahnung. Wo es der Ultra einfach ist. Und wenn man nicht beschränkt, wie der funktioniert. Ich soll, ich soll hier rumfliegen und die ganze Zeit auf seine Kanon schießen, die echt gut gesichert sind. Easy. Nein, so leicht geht das nicht. Health Low. Warum? Was hab ich dir angetan, Gegner? Was? Was hab ich dir angetan, Boss? Was? Was hab ich dir angetan, Boss? Was hab ich dir angetan, Boss? Vielleicht heißt es dann Motivation. Alter. Alter, hier sind so viele Gegner. Ich komm hier nicht mehr auf mein Leben klar. Alter, ich muss hier schon so viel schwitzen, wie das schon geht. Alter, anstrengend ist das schon. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Wie kannst du mich jedes Mal treffen? Alter. Cheater. Wie kann er mich treffen? Ich bin nicht mal... Alter, jetzt stoppt. Jetzt stoppt. Jetzt reicht es mir. Nonstop machen wir hier. Oder was? Äh, äh, find's geil. Das wird nicht aufregt sein, denn engflisch. Ich bin deutsch aber vermischt. Also so denkwisch. Ja, juck mich nicht. Weißt du, wie schwer das Spiel wird? Hello. Erstmal. Okay, okay. Alles ist noch gut. Alles ist noch gut. Nicht gut. Alles ist nicht gut. Alles wird nicht gut. Und stopp. Was da hin? Bam, 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 bam. Aua. Ein Leben erholen. Okay, nach oben. Schocken. Banate. Noch mehr Gegner? Geil. Man, das wird ja noch geiler, als ich dachte. So geil. Mann, das macht so Spaß. Oh, Mann, macht das Spaß. Eieiei. Hier sind so viele Gegner. Jetzt sterb. Kann der mal sterben? Sterb. Alter, wir haben ihn gleich. Für diesen Part einfach nur ein Part mach ich jetzt noch. Ich hab keinen Bock mehr. Danach, ey. Danach hab ich das Spiel fast durch. Okay, jetzt komm her. Jetzt bist du noch. Da. Jetzt kriegst du noch ein paar Kugeln ab. Geh ich noch um. Mach das hier. Oha, ich hab ihn. Oha, ich hab ihn. Ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn. Du willst sagen immer, der nimmt Schuh. 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 Das war jetzt nicht anstrengend. Ja? Sag mal Baaacka Baaacka? Ja, aber es ist legendär